Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial VPN-Einrichtung unter macOS mit Cisco AnyConnect. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie vpn.tu-berlin.de ein. Wählen Sie eins der beiden VPN-Profile aus. Beim Standard-VPN-Profil Split läuft der Datenverkehr zu Diensten der TU Berlin über die VPN-Verbindung. Um externe Dienste nutzen zu können, wie zum Beispiel Verlagsseiten für einen E-Book-Zugriff, benötigen Sie das VPN-Profil Full. Eine ausführliche Erläuterung der VPN-Profile finden Sie hier. Sie können Ihre Wahl später ändern, ohne das Programm erneut herunterladen zu müssen. Melden Sie sich mit Ihrem TOB-Account an. Ihr Betriebssystem wird automatisch erkannt. Klicken Sie auf Download für Mac. Installieren Sie das Programm und befolgen Sie die Anweisungen. Nun ist Cisco AnyConnect installiert. Öffnen Sie das Programm. Geben Sie vpn.tu-berlin.de ein. Klicken Sie auf Verbinden. Hier können Sie das VPN-Profil bei Bedarf ändern. Melden Sie sich mit Ihrem TOB-Account an. Sie sind jetzt mit dem VPN-Netz der TU Berlin verbunden. Sie können die Verbindung jederzeit trennen, bei Bedarf das VPN-Profil ändern und sich neu verbinden. Dafne in der udb!'llde ein. Viel�her treten Sie den VPN-obyl tolerieren. Vielen Dank.